moin moin meine lieben zockerfreunde ich darf euch herzlich begrüßen zu einem weiteren part euro truck simulator 2 multiplayer die schnitzeljagd wer das mit fährt schaut am besten part 1 noch mache ich möchte dennoch mal wieder los vorlesen hier sieht sie hier auch ich übergebe gleich an meine moderatoren viel spaß hallo und herzlich willkommen die gesuchte stadt ist eine vier deutschen städten die ein richtiges als solches klassifiziertes untergrundbahnnetz also ein u-bahnnetz besitzt das allerdings aufgrund einer futuristischen fähigkeit einzigartig ist einmal die gesuchte stadt ist eine von vier deutschen städten die ein richtiges als ein solches klassifiziertes untergrundbahnnetz also mann jetzt besitzt das allerdings aufgrund einer futuristischen fähigkeit einzigartig ist einzigartig ja einsichtig so was gibt es in deutschland nur in dieser stadt genau u-bahn ich weiß es ist gemeint ist es ist okay aber stadt aus oder kann das auch einfach eine s-bahn sein eine untergrundbahn ist eine bahn die halt hauptsächlich tun die stationen hat und eben dabei halt auch einer strom schiene fährt das heißt sowas wie stadtbahn zählt halt das wird als stadtbahn gewertet weil es die hoberleitung fährt die gesuchte stadt ist eine von vier deutschen städten die ein richtiges als solches klassifiziertes untergrundbahnnetz also ein u-bahnnetz sitzt das allerdings aufgrund einer futuristischen fähigkeit einzigartig ist noch mal für den jet eine deutsche stadt und man braucht auch keine dlc ist besonderheit ja eine futuristische fähigkeit wie sonst kein anderes deutsches u-bahnnetz sind also ich glaube ich weiß es aber ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher probier's einfach m ist hier durch eine straßenbahn wird diese u-bahn durch eine straßenbahn ergänzt das ist keine u-bahn eine u-bahn ist eine reine u-bahn die zwar nicht durch den untergrund fährt aber komplett pro tag vom straßensystem ist okay also fährt keine straßenbahn mit schon am x 50 50 chancen was sagst du keine u-bahn keine ahnung also noch mal für ganz doofe die deutschen städte ein richtiges haben sind hamburg berlin wünschen und nürnberg der rest sind entweder stadtbahnnetze oder sie haben kann fahr mal in der amix guckst du im stream oder was was hast du im stream reingeguckt was ich eingeloggt habe ne habe ich nicht fahr mal los fährst du schluss gucken jetzt muss ich gucken fahr mal ich tipp darauf weiß also zwischen diesen vier steht kann man aussehen ich weiß aber nicht ob es stimmt ich auch nicht aber regel das kannst du aber regel das kannst du nachher während die kollegen da am fahrer sind kannst du das ja gerne noch mal wiederholen klar dann wird nur keiner mehr zu weil alle am fahrern sind kann er gar nicht gurgeln ja könnte gut sein kiro hast du dasselbe bei amix geschrieben also da ich das gerade noch einmal im chat gelesen habe gerade im chat ich lese noch einmal vor die gesuchte stadt ist eine von unseren vier deutschen städten die ein richtiges als neuches klassifiziertes untergrundbahnnetz besitzt also ein u-bahnnetz das allerdings aufgrund einer futuristischen fähigkeit einzigartig ist ok kiro wen suchen wir da jetzt ach ja stimmt mietze user left your channel haben wir nicht eben erst mietze gesucht ne das war eke ne war eke genau user left your channel wasserbeutel wasserbeutel hat immer sorgen mit einlocken wasserbeutel schon auf autobahn oder was man könnte das schon fast das cannonball rennen ja 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 hast du getroffen aber schön gehüpft habe ich nicht er ist in den zaun reingefahren der zaun war weiter in der strafe der zaun war weiter in der strafe ja das das kenne ich noch von amix aber amix ist schon abgebogen sehe ich gerade wer noch umgekippt hat wird schlimmer ey also wenn noch vorschläge sind im chat immer raus damit also ich habe hier ganz viel münchen bielefeld paris ja ja kiew frankfurt bielefeld hittney hamburg tokyo in new york rio weil er hätte gesagt ist keine deutsche stadt hätte es nur so gesagt hätte ich gesagt es ist london er muss amix schon wieder hin ich bin grünen punkte der gefahren ich bin irgendwie falsch gefahren ja da ging der grüne punkt bei mir so ich muss seine stelle abbrechen warte mal ich muss gucken nicht dass ich gerade falsch abgewogen bin bestimmt nicht schwer nach polen rein ne ich bin richtig dann wünsche ich euch noch einen schönen tag ne hau rein du meldest dich morgen bei mir jogi jo klar ich kann mich auch jetzt gleich danach nochmal mit ihr melden ok wann ist denn da vorne mit dem grünen punkt dann lade ich mir nochmal schnell discord runter amix ich bin doch bei dir du siehst du geht das doch über team speak ich habe gerade kurz angelegt ich würde es gerne über discord machen ich habe es halt nicht die haben mich jetzt verwirrt ja dann machen wir was ich mache bei team speak gut ok du tickerst mich gerade an hm du tupst mich dann nachher gerade an gut ok warte rein war ich noch eine schöne aufnahme und doch ja liebe grüße an die zuschauer alles klar hohohoh bitte amix rechts von dir kommt was da bin ich ja gar nicht so verkehrt war den habe ich gleich wieder warte ne brauchst du nicht haben mich ganz gut also haben wir zu uns 165 165 diese fahrt ihr alle so schnell sechs gang getriebe 12 ich habe sogar 12 plus 2 also müsste ich dann noch schneller fahren dankweilig 174 war ich jetzt ja ich lach kurz auf der leitplanke musste mich wieder aufrichten bist du klar fahren durch wo fahrt ihr da lang klar fox weiß ich doch nicht amix wird vor reicht aber dass ich einmal den ersten platz mal jetzt können wir ruhig mal falsch fahren dürfte bei amix eigentlich kein problem sein weiß ich jetzt wo du hinfährst noch irgendwelche lösungsvorschläge aus dem chat nach münchen fahren wir jetzt ich fahre nicht nach münchen das hat hallo ach wir fahren nach köln ja danke für dein follow bei amix ja ich kann mich da gar nicht so drauf konzentrieren deswegen kümmere ich mich da gerade um amix amix wie schnell fett nennt es gar nicht weiß ich gar nicht ich fahr 175 grad ich fahr 175 grad aber wer fahr 140 ich komm mir mal drauf an ich hab mit 22 tonnen schwer zu ziehen ja und schwer zu schieben ne ja ich fang muss her er schiebt ja auch immer ganz schwer bergab ja bergab fahr ich ja nicht ne ne nur bergab auf ich bin mal kurz oben bei anderen moderatoren ja wen suchen wir die kasseler berge die kasseler berge wir sind da gerade in den kasseler berge hast du gerade gesehen da fuhr grad wieder ein auto mit dem trailer welche borden hinschieb so abfahrt nürnberg hast du dahin auch schon was was gescheites gefunden in nürnberg oder einfach nur erstmal stadt erst mal stadt ok hier werden nur die stadt eingeloggt boah echt jetzt mietze einmal bitte drum kümmern kein moderator hier der baum wird sich nicht drum gekümmert wo sind meine moderatoren gibt es aber gar nicht ausrufezeichen discord fox du kommst einfach mal auf discord vorbei und beteiligst dich am täglichen geschäft oh ich muss runter gibt es aber gar nicht kein moderator hier der sich darum mal kümmert heutzfrags auch wieder der titsfragger ich fahre an duisburg calais ne das ist ja nichts los ist ja langweilig auch so lass mich mal überholen denn ist wieder was los sagst du oder oder bist du hier bei uns oder bist du hier bei uns nö oh nicht schon wieder halb umkippen kannst du ja gar nicht umkippen mit dem leichten zeug oder doch der hebt ab stabilität auf halb gemacht oder nein ich habe gar nichts umgestellt die bremsen habe ich ein bisschen doll angestellt damit ich amix ein bisschen ärgern kann eine spielanstaltung ist komplett auf das was das spiel hergeht also original original besser als real life weil was bringt mir was wenn ich den trailer stabilität volles hoch rein mache dann hast du ja überhaupt keinen fun mehr nö du kannst ja gar nicht umkippen das ist ja langweilig können wir solche auf dem auf der leitplanke rumliegen gar nicht mehr machen wer ist da jetzt reingekommen manu kannst du dich mal bitte um den chat kümmern bei dir ja da ist jemand den möchte ich hier nicht haben ungefähr 6 6 der post von unten müssen runter ne weiß ich nicht du bist der chef hier ah ok ich glaube wir müssen hier gleich wieder rein wenn mich nicht alles täuscht warum machen wir das auch ich nehme das an hier ja ist aber auch eng hier ahmix ey hast du mal einen timeout verpasst danke du meinst die frittwerbung ja ja passt da war als ziel mitte ne hier ist nix kannst du ja in der liste sehen aber weiter ja der muffin ist am ziel vor uns vor uns ja ja oh jetzt ein bisschen mehr los mal ist das also seid ihr noch jemand schon da oder bist du so der erste äh der einzige im moment ich denke mal der erste weil ich so einen starken motor habe ja und gegebenenfalls ist das richtige ziel gewählt ich weiß glaube ich wo ok also ich würde mal sagen wir haben einen gewinner im chat das ist auch gut glaube ich ja oder nicht weiter umfallen sieht nicht so aus würde mal den weisen menschen glauben schenken bei amix im chat bei amix im chat bei amix im chat weiß doch gar nicht ob wir die richtige stadt sind hier wirklich auch nicht ich glaube wir sind verkehrt ich habe doch gerade einen hinweis gegeben glaubet dem weisen menschen bei dir amix im chat dem weisen menschen bei mir im chat seit jetzt echt nach berlin gefahren ja 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 was hat alter und weisheit gemeinsam wir kommen im regelfall gleichzeitig wer hat gerade was im chat bei amix gepostet sag ich ja nürnberg deswegen sage ich der weisemann hat recht ok nürnberg kann es sein ja aber wenn es berlin nicht ist dann gibt es nur noch drei möglichkeiten du kannst auch noch mal fahren also ich würde nicht nach berlin fahren weil das ist ähm das ähm viel also das ist am meisten falsch so gesehen ja dann haben wir doch auf jeden fall schon mal eine eine hürde geschafft ich bin in wünschen wirst du sagen du bist ein mann ja da bin ich ja total dran vorbei ich hoffe ich habe nürnberg habe ich habe ich komme jetzt per schnellreise bin aus der wertung ich komme auch dahin per schnellreise wenn ich nürnberg überhaupt habe so muss ich ja für eine stunde aber ich denke mal da das schon offen liegt sicher was man noch mal sagen möchte nürnberg richtig erklär doch mal warum nürnberg richtig ist naja weil nürnberg das einzige komplett automatisierte u-bahnsystem hat weißt du so da ist nichts mehr mit u-bahnfahrer ja da kann man vorne von alleine raus gucken ja kann london auch nein london naja aber das sind nicht alle linien und es ging um eine deutsche stadt ja aber man muss zugeben das war auch eine sehr schweres während eines des Auftrags in die Schnellreisen nee nee ich muss erst mal den Auftrag abbrechen ja mit dem Auftrag geht das nicht ich hatte ja nur Glück weil ich vor mir zwei Rosen hatte sonst wäre es ja nicht so schlimm geworden also nürnberg eher Krimis ich ok jetzt sind schon drei Gewinner naja aber es ist eigentlich schon offensichtlich also wer Spaß hat und äh sich nicht wieso nicht ja ne weil quasi die die Lösung raus und die die selber drauf gekommen sind dann keine Chancen mehr naja also Reportet ist raus aus der Wertung wer noch hinfährt kann auch die Wertung haben richtig die 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 wir haben den Auftrag hier besorgen wieder ja die bald sind geht es noch weiter oder sind wir durch es geht noch weiter ne es geht noch weiter also das wäre jetzt noch mal die Hälfte von äh die ich hier drin habe in meiner Lisse äh alter wie soll ich denn hier wieder raus kommen äh 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 kannst du mich mal raus nehmen und ich woanders hin kunde wo war das zu nürnberg bei welcher Jammer oh ich komm hier nicht mehr raus eigen ist ja einfach aber raus nicht ne ach quatsch das geht alles so einfach ja da haben wir ja quasi voll ins fettnäpfchen getreten ne verlässt sich auf dem Amix bis zu verlassen sagt der nächste ist glaube ich gerade nicht da ähm ähm ja ja für's zuschauen war wieder eine sehr lustige Sache auch dass wir schön in die verkehrte Richtung gefahren sind war sehr schön hat mich sehr gefreut glaube ich Ante kommt schon ja klar denkst du kannst ja mal licht machen weil ich komm hier nicht mehr raus ja 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 wisst du wie seid ihr denn da hinten hingekommen so wo war Treffen habt ihr gesagt soll ich mich ein bisschen verstecken soll ich Winde machen ja ein ging gut aber raus geht ne ja schon vorher abgefettelt machen ey wollte ich ja nicht ich wollte mich ja verstecken ja du hast nur zweimal foxseide drin du hast ja einmal deinen Namen und dann hast du im tag nochmal drin siehst du ja gerade im stream ja ich bin rausgekommen juhu ja Kante danke für deine Hilfe sehr nett von dir Kante hab ich gerne gemacht das schöne lichtschein das hat mich weit gebracht ja klar ich hab dich aus dem dunkeln geholt und immer noch keine sonnenblende drin im Scania ja wer du hey du brauche ich doch nicht ich blende ich blende mehr als die Sonne also für Markus wie Ika und Kempner bietet eh noch die Chance ja hören wir raus war 22 Kies habe ich schon ich war nur ein key aber man kann nehmen wir doch noch mal neu also gut noch die Station fassen wenn einer aus der ich achten Kies kriegen würde das sehr schlimm und ja wir warten jetzt erstmal bis alle hier eingetrudelt sind das kann auch ein bisschen dauern wir haben natürlich ja amix und Kante haben es natürlich sehr verfehlt aber es ist auch nicht so schlimm können wir sehr gut mit leben nach amix ja muss auch mal sagen von daher freuen wir uns auf die nächste Etappe auf die Plätze oder wieviel habt ihr mit dem halbzeit gerade erst mal halbzeit aber wir machen aber eine Etappe machen wir noch und ich glaube das reicht dann auch erstmal für heute ja ihr seid solche Helden ja wir gucken auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr zur nächsten Etappe wieder einschaltet bis dann tüüüüs tüüüüüüübür ja wenn er